Spellbound Yo, Wut The Way, Nvidia, it's me to be played Und genau damit ein herzliches Willkommen zum neuesten Let's Play auf Master LP Von mir, dem Max, dem Mad Max Master Wieder ganz frisch mit dabei Und diese wunderschöne Musik, dieses Arcania, es schaut mir schon wieder über den Rücken Ich habe einfach so dermaßen Lust, jetzt dieses Spiel hier zu spielen Und ich würde sagen, wir machen ein Let's Play draus Daher würde ich sagen, bevor es losgeht, muss ich noch kurz etwas erwähnen Und zwar, ich habe leichten Schlupfen, deswegen könnte es sich ein bisschen komisch anhören Aber ich glaube, das ist kein Problem Und, äh, es ist Arcania Gothic 4 Wir spielen es als Arcania durch und nicht als Gothic 4 Nur so als Info, weil es ist kein Gothic, es ist Arcania Wenn ihr das Let's Play schaut, ohne an Gothic zu denken Sondern nur an Arcania Wenn ihr daran denkt, dass Arcania einfach eine neue Spielereihe ist Und nichts mit Gothic zu tun haben könnte Dann, genau dann wird dieses Let's Play ein super Let's Play Wenn ihr aber immer sagt, das ist ja Gothic, das ist ja kein Gothic mehr Dann wird es ein scheiß Let's Play Weil ihr es nicht gut finden werdet Werdet, werdet, keine Ahnung Weil ihr immer an Gothic denken müsst So, ähm Noch was kleines zum Anfang Hier, schöner Startbildschirm, ne Noch was kleines zum Anfang Äh, dieses Let's Play wird nicht täglich erscheinen Dieses Let's Play erscheint, wenn ich Lust habe Arcania ist so ein Spiel Da sage ich, boah, ich hab jetzt so dermaßen Bock Das zu spielen, zu let's playen Und dann irgendwie nach ein paar Stunden Sag ich, ja, jetzt höre ich auf Und dann haben wir, dann ist es halt nicht so Wie bei den anderen Spielen Das, wenn ich sage, ich brauche neue Parts Nehme ich einfach auf Ich hab Bock auf das Spiel Ne, bei Arcania muss man Lust haben zu spielen Weil ich spiele Arcania nur, wenn ich Lust habe Und das kommt vor So einmal im Monat Also wenn ich jetzt genügend Part auf Genügend Parts aufnehme Dann kann es scheinen, dass schon täglich vielleicht was kommt Aber ich denke eher nicht daran So, jetzt würde ich sagen Legen wir los Nochmal zusammengefasst Es kommt nicht jeden Tag ein Part Und, äh, ich muss auch noch gucken Wann überhaupt die Parts kommen Und wann es überhaupt anfängt Und bla 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 Also, auch übrigens, danke mir 500 fucking geile Abonnenten Ihr seid die Best Ihr seid so dermaßen geil Aber gut Ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel Und ich würde sagen Wir spielen es auf leicht Nicht durch Auf normal Auch nicht Auf schwer Oder auf Gothic Ich will auf Bogenschütze skilln Und da wäre Gothic schon angebracht, oder? Oder auf schwer Spielen wir es auf schwer Komm, wir sind noch im Let's Play Denn Roba der Zweite war tot Und sein Königreich zerfallen Seine Krone war an einen Streiter Innos übergegangen Der sich Roba der Dritte nannte Und geschworen hatte Das zerfallene Reich zu vereinen Das Schicksal schien auf seiner Seite zu stehen Denn schon bald hatte Roba der Dritte Den gesamten Kontinent erobert Doch als er in See stach Um auch die südlichen Inseln zurück zu erobern Legte sich ein Schatten über den König Und verfinsterte seinen Geist Und als seine Truppen die Insel Argan erreicht Und Zornjahre erobert hatten War es als wäre Robas Geist Nur mehr eine flackernde Kerze In tiefster Dunkelheit Das Amulett Ich Wir müssen kämpfen Kämpfen Fight! Kämpfen! Robas Heerführer Folgten seinem Befehl Lord Hagen Führte seine Männer in den Westen der Insel Während Lee in den Osten zog Und die Königstadt Setarif belagerte Oh ja Da müssen wir auch noch hin Und natürlich wunderbar Nach der Ersten Zwischensequenz Oder nach dem Einführungs-Zwischen-Video Erstmal ein Ladebalken Ziel mit dem Bogen auf den Kopf Geist geht um eine Chance anzurichten So Beruchte die Geist Aufwärtsgeist Der Silbersee Und die Burg Silbersee Da kommen wir auch noch hin Das hier oben rechts Ist das Schloss Wo wir zum Schluss hinkommen Schloss Schluss Mein König Ich bringe schlechte Neuigkeiten Das kann doch nicht sein Die Flotte die wir entzündet haben Das Stimmengewirr Ruhe 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 Ich brauche Ruhe Ruhe Ja das war gerade cool Ist das Ruhe Das ist toll Das sage ich auch ganz oft Wenn Wenn ich mal im Unterricht bin Und meine Lehre Wie das Scheiße von sich gibt Dann schreibe ich auch einfach ganz laut Ruhe Dann halt die ihre Fresse So Ich muss Ihnen jetzt dazu sagen Arcania ist ein Spiel Das von der Balance Beziehungsweise von der Äh Von der Performance Nicht wirklich der Burner ist Äh Und daher Ich nehme es jetzt mit 40 FPS auf Wir haben aber gerade 35 Draußen in den Wäldern Und sowas dürfte es noch ein bisschen sinken Aber es ist glaube ich trotzdem relativ flüssig Und okay Fuck Sorry Das tut mir leid Äh Noch was Ich werde dieses Let's Play in 720p hochlagen Äh Das neue Risen Let's Play Das startet am 01.01.2013 Wird in Äh 27p Aber in besseres 720p Qualität sein Nur so als kleine Info So Jetzt wartet mal kurz So Da sind wir wieder Ich musste gerade nur kurz Nase putzen Tut mir leid Falls ich kurz minimiere Und sie kurz die auch noch beende Und Nase putzen und sowas Aber das muss auch sein So Wir sagen Wir battlen uns jetzt hart Reiß ihnen das Fleisch Von den Knochen Ja komm Also wenn ihr kann man ja eh nichts mehr runterreißen Du bist ja eh schon Nur noch Haut und Knochen Ne Das kennt man ja auch ganz gut Äh Ich muss auch übrigens sagen Ich hab das Spiel schon echt Richtig lange nicht mehr gespielt Ich muss auch eh erst wieder reinkommen Und so weiter So Komm her Stucky Ja ich muss da erst wieder reinkommen Jetzt kommt ein gefallener Bürger Du hast eh nichts zu melden Du bist eh schon tot Ja das wird nicht tot So Da oben dürfte auch noch welche kommen glaube ich Das ist jetzt halt dieses Anfangs Äh Sequenz Das ist ein Traum hier Ne Also was wir gerade spielen Der Traum von Äh Von dem Helden Den wir ab sofort immer spielen werden In dem Spiel hier Äh Ist das jetzt ein Traum Ich spiel jetzt gerade König Rober Den dritten Äh Der von Dämonen befallen ist Und so weiter Und so fort Äh Aber gut Ich denk mal Das bekommt der alles eh noch raus Im Laufe des Games Und Ah Guck mal Hier ein Paladin Ne ein Mini Militär Was Was soll denn da gerade Multi Multimillionär Was What the fuck Ach wir haben gerade ein paar Multimillionäre rumgebracht Achso ja gut Das ist auch kein Problem Gerade mal schnell hast du Geld gesnackt Und dann passt es Macht sie tot So gefallen Er ist halt Komm her Du kriegst dick auf die Ömme Hab ich gehört So Die ist auch richtig schön Also Wenn du so ein Schwert hast Wie das hier Dass du einfach alles kalt machst Das ist echt wunderbar Äh Ich muss dazu sagen Dieses Schwert hatte Dennis schon mal Als wir Arcania zusammen durchgespielt haben Die erste Nacht wo es rauskam Ähm Hatte er dieses Schwert Und zwar ganz zum Schluss Wo man im Seetarif ist Ich werde jetzt auch nicht irgendwie so gucken Dass ich nichts spoiler oder so Also ich werde einfach drauf los Raushauen Wenn ich jetzt sage Irgendwie Ja Ein Seetarif ist das und das Und das und das erleben wir Und sowas Also ich werde natürlich nicht sagen Jetzt hier so von A bis C Bis B bis Y Was wir genau erleben werden Das werdet ihr dann schon sehen Aber ich meine nur Weil das Spiel ist ja auch schon jetzt Ein Jahr draußen Oder zwei Ich bin mir nicht ganz sicher Und wer es bis dahin noch nicht gespielt hat Der Äh Ja Hat versagt in seinem Leben Nein Äh Nur als Info Diesen Erzdemonen Den schlagen wir einfach mal In die Ecke rein Und Ähm Der kann uns eh nichts anrichten Doch jetzt hat er uns runtergeschmetzelt Weil ich gerade kurz aufgehört habe zu schlagen Ach komm doch her Wir sind übrigens unverwundbar hier in dem Traum Ja komm Geh weg Lass mich hier durch Komm schon Dankeschön Äh ja in dem Traum sind wir unverwundbar Hier in die Höhle kommen wir auch noch rein Zwar nicht Also in dieses Abteil Wo wir jetzt drin sind Glaube ich nicht mehr Aber in so eine ähnliche Höhle Kommen wir auch noch rein Äh Aber erst im Laufe des Spiels Alter Was geht ab hier Na komm her Übrigens Die ganzen Viecher Also Viecher Sowohl auch Menschen Laden immer solche Special Tags auf Wie ihr gerade gesehen habt Mit diesem grünen Mit diesem grünen Dingens hier Ja komm Fick dich Deine Harn ins Knie Komm jetzt her So Ähm Auch ein Feuermagier mit Feuer Zu besiegen Ne Das ist auch wirklich Äh Sprengt die Theorie Alter Komm Fick dich doch Alter Oh jetzt Alter was Der mit seinem doofen Dingens hier Äh So Ich verbrenne jetzt eh alle Ich kann eigentlich auch einfach hier in der Mitte stehen bleiben Ich brauche das gar nicht so taktisch vorgehen Vor allem weil ich nachher eh wenn ich mit dem Bogen kämpfe Ehe ich mich immer ein bisschen weiter hinten auf halt Ich hoffe mal das klappt auch so wie ich das vorhabe Äh Ja Kommt her Schluckis Kommt her So jetzt kriegt sie dick auf die Fresse würde ich sagen Ja komm weißt du der läuft vor mich und macht erstmal seinen Schutzschild Weißt du Das ist ja auch ganz toll Ihr werdet eh alle drauf geht Ich verstehe jetzt eh nicht Dieser Sinn weißt du Warum kämpfen die gegen mich Die müssen doch eher sie drauf gehen werden Also ganz ehrlich Das ist ja auch äh Down 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 So und jetzt noch hier mit brennendem Kittel Äh Gegen äh den Äh Erzdimonenkämpf Den wir vorher schon leicht angehittet haben Der kriegt das erstmal nochmal schön auf die Fresse Äh Das ist natürlich kein Problem Man sieht auch oben immer die Schadensanzeige Also wie viel Schaden ich ihm mach Und ich kann auch Schläge aufladen Das kann ich aber machen Warte So Und jetzt hab ich ihm gerade 139 gemacht Bisschen wieder zu spät Seit wann können Erzdimonen reden Also mein Erzdimonen kann nicht reden Naja Ich hab auch gerade Dämonen gesagt Statt Dämonen Aber gut So Komm zurück Komm zurück und kämpf mit mir Oh ja Zieh mir den Bogen auf, wenn es geht um mehr Schaden anzurichten Ja das hat mir vorher schon Das ist irgendwie jetzt too shoo Da kommen wir auch noch hin Herr Arsch Schäflein, Schäflein Hallianu Schön dich zu sehen Oh ja, dich auch Ivy? Hast du wieder schlecht geträumt? Ja, von dem König in der Höhle Das kommt davon, dass du den ganzen Tag schläfst Bist du nur gekommen, um mich zu ärgern? Nein, mein Vater will mit dir reden Kroma? Was will er? Keine Ahnung Er wartet im Dorf auf dich Und ist ziemlich schlechter Laune Hm Geh ich wohl besser und regne es Okay, alles klar Wie wär's denn mit einem Küsslein? Wie wär's mit einem Kuss? Nicht jetzt Später Komm, gibst mir doch hart auf die Lippen, ey Naja Du hast einen Auftrag erhalten Drücke L zum Öffnen der Auftragsliste Und überprüfe deine Ziele In der Auftragsliste kannst du jederzeit Deine derzeitigen unterlegten Aufträge einsehen Und dich über bereits besiegte Kreaturen informieren Wenn du dich auf einen bestimmten Auftrag konzentrieren möchtest Markiere ihn, um alle zugehörigen Markierungen hervorzuheben Und Pfeile an der Minimap zuzuschalten Alles klar So, wir sehen übrigens jetzt hier die Insel Feshia Das ist die Insel, auf der wir uns jetzt anfangs, äh, abspielen werden Das da hinten ist übrigens Ach, ich Ich bin gerade noch ein bisschen im DayZ-Feeling Ich hab zwar schon lange kein DayZ mehr gespielt, aber ich will immer hier ranzoomen Mit rechter Maustaste Ähm Das ist, äh, das Schiff Von, äh, den Armeen Also von König Rober Hier das Schiff Bzw. halt von irgendwelchen Armeen Von dem Wir sind jetzt auch draußen Ich hab jetzt nur noch Ein bisschen mehr als 20 FPS Wie ihr schon merkt Und jetzt einfach mal Einen schönen Blick Über diese Landschaft Also über diese Landschaft Nicht schön findet Ich weiß auch nicht Also ich finde Es ist eigentlich schon sehr gut gelungen Geflogen